Hast du auch das Problem, dass bei der Echelon-Klasse in Ghost Recon Breakpoint der Reflexschuss nicht funktioniert? Dann pass jetzt ganz genau auf! Damit der Reflexschuss der Echelon-Klasse funktioniert, musst du in den Einstellungen, in den Spieleinstellungen, die Zielhilfe Controller aktivieren, ganz unabhängig davon, ob du mit Controller spielst oder nicht. Da kannst du dann den Hilfsbereich auf klein und den Fadenkreuz-Magnetismus auf null stellen, dann ist die Zielhilfe auch effektiv deaktiviert, aber der Reflexschuss funktioniert. An dieser Stelle ganz vielen lieben Dank an Patrick V., der mir unter meinem Echelon-Guide den Hinweis dazu gegeben hat. Und wenn dir das Video weitergeholfen hat, gib ihm bitte ein Däumchen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich! Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal. Hier ist das Video!